Götter Zertifikat B1 Prüfung Sprechen Thema Einkaufen im Internet Soll man im Internet einkaufen? Das Thema meiner Präsentation ist Einkaufen im Internet. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Heutzutage gibt es verschiedene Seiten im Internet, dass man einkaufen kann. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe viele Erfahrungen mit Einkaufen im Internet. Meistens kaufe ich Kleidung, Sportsache und Freizeitartikel online. Vor kurzem habe ich mir eine Schuhe online bestellt und war sehr zufrieden damit. Aber mein Freund hat ein Handy im Internet gekauft und das war kaputt. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland ist Einkaufen im Internet nicht so beliebt. Viele Armenier finden diese Art des Einkaufens gefährlich und haben Angst vor Betrugern. Die Leute in Armenien sind eher misstrauisch. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ein Vorteil von Einkaufen im Internet ist das große Angebot. Außerdem ist das bequem, etwas von zu Hause zu bestellen und meistens ist es sogar billiger. Wir können 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche die Produkte in der Fall bestellen. Zum Beispiel, wenn man etwas kaufen will, normalerweise muss man in die Stadt gehen, von einem Geschäft zu dem anderen Geschäft. Manchmal gibt es das nicht, was man will. Aber im Internet, sie können ganz schnell finden. Sie sitzen ganz gemütlich zu Hause. Zum Beispiel, ich setze mich zu Hause am Computer und dann ganz gemütlich suche ich zum Beispiel eine Kamera oder nach halber Stunde finde ich eine Kamera, dann bestelle ich die Kamera und am nächsten Tag bekomme ich die Kamera der Post. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Es kann passieren, dass die Bestellung zu spät ankommt oder die Beschreibung war nicht richtig. Außerdem kann man die Ware nicht an- oder ausprobieren. Meiner Meinung nach hat Einkaufen im Internet sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ich finde es gut, wenn man beide Möglichkeiten hat, online und im Geschäft. Dann findet man Sicherheit immer das richtige Produkt. Trotzdem sollten wir oft auf den Supermarkt gehen. Aber wenn wir keine Zeit haben, ist das Einkaufen im Internet die beste Lösung, um Zeit zu sparen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.